Also ich weiß, was beides ist, aber ich glaube ich bin eher bei Blut. Aber bei mir ist viele Sachen Blut, wenn ich eine Bütze. Also von daher, die fleischen meistens nicht. Geil! So gut wie dein Fleischbild ist, bei mir bluten viele Sachen. Oh, kann das mal jemand klippen, ey? Ohne Scheiß. Die ganze Frage ist komisch. Du bist schon wieder letzter geworden. Die Frage ist... Ich bin gut rübergerutscht, Carina, ja. Ich bin super rübergerutscht, wie gesagt, hier mit Lähnchen hier neben mir zum Beispiel und Hardcore Sextonie und Zehn... Ich bin super rübergerutscht hier mit Lähnchen. Rübergerutscht, nicht über dich, sondern ins neue Jahr. So entstehen Gerüchte, mein Freund. So entstehen Gerüchte. Nawali, du hast da was im Gesicht. Soll ich dich eventuell befreien? You're captured, stupid base. Und dreimal hat er mich schon getrappt. Dreimal. Ich hab's zugelöst. Sorry, Bull. Das ist ganz schlecht kommuniziert, weil ich denke, bei For Honor war es relativ gut zu erkennen, weil du dann... Du hast, glaube ich, einen Hinweis gekriegt, von wo du angegriffen wurdest, also wie der Gegner angegriffen hat und warum du dann getroffen wurdest, weil du dann natürlich in die Richtung nicht geblockt hast. Da musstest du die Block Richtung Ecken schauen anscheinend. Oui, dance, 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 revolution. Dance, 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 dance. Entschuldigung. Schön nachgeben. Noch ein bisschen Bier hinterher. Sekt vor Bier? Das sag ich dir. Gibt nichts Besseres. Gibt nichts Besseres. Oh nein. Macht's dann auf? Moment. Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Ich hab noch Angriff gemacht. Ich versteh's nicht. Wenn die einen schlafen, kann man einfach weglaufen, vermutlich mal. Ich bin zu dumm. Ohohohoho. Ähm. 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 Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ich wollte da helfen. Und das sind so momentan, da frage ich mich, was war deine Mission. Ich wollte ihn eigentlich noch weiter rechts spielen. Ach, damn it. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho magst du es nicht feucht nicht auf die art oder weise dachte die welt fieste los muertos freigestattigt kleine fiesta die fieste fiesta de mexican a la vista ich habe keine ahnung von den text fiesta mexicana also es gibt so situation da bin ich wirklich sehr stolz deine freundin zu sein und es gibt es jetzt genau jetzt weiß ich habe ich hatte man wird immer das was man am meisten hast ja scheinbar man wird auch nie so werden wieder älter wie wird man immer wieder älter blister und ich denke sie ab ich denke sie ab jetzt gibt es noch ein drücken können das ist du stehst doch auf schläge aber nur wenn ich die aussage so gut schlag aufschlagen bei aufladen nach oben hauen damit kommen nicht nicht überall des feuers ausprobieren die konsistenz der brüste darf nicht zu weich sein dass es wabbelig wird und auch nicht zu fest dass wie es bei gemachten brüsten heute so fall ist sondern halt so so halb fest bisschen wabbelig und bisschen trotzdem mit widerstand you know das ist gleich so bisschen wie wackelpudding nur warm würde ich sagen wobei ein bisschen weicher als wackelpudding so halb feste wackelpudding vielleicht probieren wir über studieren mal sehen wie tief das wasser wirklich ist okay kann ich testen wie tief das wasser ist ich sagen vorher im uferschlamm ein das ist ein bisschen traurig ich kann jetzt auswählen fürs nächste ich bin hier raus die party ist leben tschüss abenteuer modus die insel der trophien ich kann euch reingucken hallo 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 das ist gar nicht rosa das ist das ist nachsform haben wir bin jetzt geflogen da war die welt zu ende wir brauchen speed wir sind gelandet wir sind gelandet ich bin nicht ganz sicher ob ich sex mit tor haben wollen würde ich bin drin in zwei von da oben schräg wie awesome war der schlag der in den clip wahrscheinlich niemand ein und wir haben ein